Friedrich und Tim waren auf der Leipziger Buchmesse und zwar auf dem Stand von So geht's Sächsisch. Ich war mit der Kamera mit dabei und habe euch ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und ich hab Lust, dich an mich ranzuziehen. Das ist die Jährung heute, nämlich die Steigerin-Photone. Und wie wir es vielleicht ungefähr spielen würden. Der Steiger kommt. Dann erscheint es Bergmannsgruß bei der Nacht. Dann erscheint es Bergmannsgruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Mehr kann ich euch leider noch nicht zeigen, da der Song erst so in zwei bis drei Monaten gelieft wird. Aber wenn ihr Söke Sächsisch oder Friedrich Rauch folgt, dann wisst ihr ganz genau, wann der neue Elektro-Steiger-Lied-Song ist.